Moin moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Rainbow Six A Siege. Heute wie immer mit dabei, Böli, Kim und Eitatsch. Hallo. Hallo. Die Todgewalten grüßen euch. So sieht's aus. So, machen wir hier mal Terror, ne? Wer hat denn hier die Westen noch nicht hingelegt? Doch, er hat sie hier gelegt. Verdammte Scheiße. Nicht immer mehr kann ich erstmal schauen. Entschuldigung. Kann mir jemand hier die Lupe zumachen? Äh, ja. Ich hab noch eine, hier neben mir. Oben sollten wir vielleicht auch noch gleich zumachen. Wer geht? Oh, oder? Hä, wir sind hier reingekommen. Ich hab das Ding aufgemacht zum oben zumachen, aber es hat nicht funktioniert. Ja, und mein Störseinde ist auch noch gleich kaputt gegangen. Ne. Doch, irgendwie schon. Irgendeiner hat das Schuss. Das kann nicht sein. Ähm, wo muss ich oben noch zumachen? Weiß nicht, ich finge mal. Mach mal hier noch. Genau da. Soll ich da wirklich zumachen? Ja, mach zu. Mach ich so nicht. Mach ich so nicht. Mach ich so nicht. Ey, mit einer Bombe müsstest du da auch machen. Fußbodenverstärkung unterwegs. Ja, bei einer Bombe. Ja, bei einer Bombe. Weiß jemand wo sie sind? Leider nicht. Leider nein. Leider nein, leider gar nicht. Mal gucken, irgendwie haben wir uns abgewöhnt die Kameras zu schauen, kann das sein? Ja, die haben aber auch fast alle zerschossen jetzt mittlerweile. Ne, die Außenkameras sind down. Ja, die sind alle down. Fairsender, der wollte aber einer fusen irgendwo. Mhm, der fused. Ja, die wollten fusen am Fenster. Ja, mein Verteidigungssystem. Der ist tot. Holt mich einer? Hier. Ja, ja, ja. Noch mal fused, ich bin tot. Nein, ich hab dich doch. Ah, doch nicht. Ah, du hast mich. Jetzt bin ich tot. Scheiße. Das hat sich aber nicht gelohnt. Du hast vergeudet. Wo war denn das? Fairsender schon wieder? Irgendwas wurde gerade mächtig aufgesprengt. Fenster gegen Westen sind auf, beide. Du schießt auf dich, I-Touch. Naja, ich seh's. Ich hab ein Problem. Jungs, ich bin in der Tange. Nicht hinlegen. Einen hab ich erwischt. Einer ist im Nebenraum von euch. Blitz ist weg. Da war ein Ash im Nebenraum. Ich guck am Fenster. Da ist irgendwie Schatten. Kann sein, dass was durchs Fenster kommt. Kim, ich bin auf der Treppe gerade. Hier ist einer. Walle, Walle, Walle. Westen am Fenster wieder. I-Touch Achtung Westen am Fenster. Ash ist down. Ich guck am Fenster. Ich guck den Nebenraum. Ich guck Westen Fenster. Ich guck Osten Nebenraum. Oben ist was. Wird was aufgemacht. Ich bin über euch. Das ist der Kasse. Der macht sich einen kleinen Schuss doch. Damals. Wo? Keine Ahnung. Nebenraum, nebenraum ist einer. Oben oder unten? Unten. Twitch. Im Nebenraum, Walle. Wir haben ihre Versuche den Behälter zu sichern. Ein Gegner. Ein Gegner. Jawoll. In your faith, Beach. Au, 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 au. Lass das. Gegner eliminiert. Mission erfolgreich. Sehr schön, Leute. Sehr schön. Alles klar. Safe. Guck mal so schön beklangt. Ding, 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 ding. Kann man machen, ne? Kann man machen, finde ich. Das wär gut. Nö, das war durchaus... War gar nicht mal so gut. War gar nicht mal so schlecht. Will ich den Thatcher nehmen? Also ich kann ihn empfehlen. Du kannst ihn empfehlen. Das AR ist echt gut. Alles ist ja scheiße. Mit dem hast du was... Ich wollte gerade sagen, mit dem hast du die ganzen Aces gemacht, ne? Von dem nie jemand erfahren wird. 8 Kills nach einer Runde. Was? Der hat 8... Ja, ja. Das war ranked, ne? Nach... Ja, ja. Ach, durchs Fenster gefahren. Backstein-Haus. Unten. Ey? Ja. Immer da, wo ich nicht bin, quasi. Ja, weil ich Skill-Hard. Das ist einfach nur bescheuert. Immer in Bewegung bleiben, Kollege. Immer in Bewegung bleiben. Das sind alles Rassisten deswegen. Ja, wahrscheinlich. Also du bist auch schon da unten. Hm? Deine Drohne ist auch schon da unten. Ja, nachdem ich 5 Leute gescannt habe und das Ziel gefunden habe. Ja, auch 10 Sekunden. Bei mir kommt der ja. Du wirst doch vollkämen. Du wirst doch vollkämen. So, Fußballzimmer ist noch offen. Sauber. Ah, da ist der Frost gerade drin. Ja. Oh, also die gehen aber sehr offensiv vor, ne? Ja. Also Obacht könnten direkt rausschießen. Kamera? Ist weg. Wo wollen wir denn rein? Die Kamera ganz hinten. Ist, äh, jetzt auch weg. Wir wollen, keine Ahnung. Wir haben einen Sniper. Wir sollten eigentlich direkt durch. Durch das. Äh, Fenster? Habe ich gesehen. Hab ihn. Habe ihn. Lol, was für ein Kill. Was für ein Skill-Kill. Äh, wir sollten. War der oben. War der oben. Ja, ja, ja. Ist weg. in den langen Gang? Na, nicht, dass ich... Nein, nein. Da bin ich nicht inzwischen gegangen. Da bin ich schon durch gewesen. Oh, ja. Im Rondell war der. Da ist grad was aufgegangen. Irgendein Fenster oder so. Oh, man. Das heißt, ihr könnt den langen Gang schon nicht mehr durch. Der hat wieder zugemacht. Da ist, da. Da hat er durchgeschossen. Scheiße. Fuck. Ja, doch nicht ganz oben im Rondell. Sorry. Ach, man. Das ist doch kacke, man. Was soll denn das? Wir bleiben wenigstens im selben Raum. Oder im selben Gebäude. Was könnt ihr linken? Oh, links. Also. Ja. Äh, du hast ihn auf jeden Fall mal angehitet. Kim macht wieder Terror. Das ist jetzt scheiße. Das haben wir nämlich... Oh, scheiße. Jetzt hab ich mich fast selber gekillt. Ja, ich hab's gesehen. Jetzt sprichst du voll in die Ladung von dem. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh, einer ist im linken Raum. Im linken kleinen Zimmerchen. Der Blitz guckt dran. Äh. Wir haben ja keinen Thatcher, ne? Ah. Nicht mehr. Und einer ist in dem anderen Raum. Bin unten. Also, Alter, in dem Raum, den du grad eine Granate reingeworfen hast. Da ist einer drin und einer ist im kleinen Nebenraum, Kim. Da... Das Problem ist, ich kann nicht auftürmiten. Wer ist... Alter, kommt zu Kim. Komm zu Kim. Komm zu Kim. Kim bleibt da unten. Bleibt da unten. Pass auf, da unten könnt ihr durchschießen. Weil dann könnt ihr da links auftürmhalten. Dann könnt ihr durch den kleinen Raum reingehen. Bitte jetzt. Wir nutzen, wir nutzen nur da oben eigentlich. Unden. Sind beide unten jetzt im Zielraum. Alter, wo bist du? Komm. Ja. Bin da. Ja genau. Da könnte auch mal auf. Jetzt links. Nein, link. Ich würd nicht. Die linke Ecke. Da durch. Du kannst beide aufmachen. Ja. Schön. Auch wieder. Na ja gut. Wenn da jemand drin ist, dann wäre er nicht. Oder da. Wo du jetzt noch stehst. Schön. Okay. Einer ist jetzt in den Nebenraum gegangen. Da hinten. Alter, hast du ihn gesehen? Nein. Da hinten links. Da hat sich das bewegt. Achtung raus. Da ist der Klasse. Mit Schrot hinter. Er kommt hinter dir. Er kommt hinter dir. Er kommt hinter dir. Er kommt hinter dir. LoL. LoL. Oh nein. Da kommt er. Da kommt er. Da kommt er. Nein. Er ist bei Bönli. Ja. Schöne Eitach. Easy. Easy. Wir haben alles dafür getan, dass Eitach den letzten Kill machen darf. Wir gönnen sie ihn ja. Eben. Wir gönnen sie ihn ja. Jetzt habt ihr eigentlich die 2 Rot mit dem scheiß Glatz gewonnen. Wenn ich jetzt die, wenn ich jetzt die, äh, die Kill, äh, die Killcam, die Facecam an hätte. Eheh. 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 Ne, aber funktioniert doch heute wunderbar, Leute. Eheh. Schöne Aufnahmen heute. Schöne Aufnahmen. Ja, hoffentlich schmeißen wir das 2.0 jetzt nicht noch. Nein, das kann uns nie passieren. Ist uns noch vorher nicht gemacht. Ist uns noch nie passiert. So was machen wir doch nicht. Lügst du etwa deine Zuschauer? Nein, ich liebe euch an. Wir sind schon wieder hier. Das ist ja geil. Bestgelegen. Glaube ich nicht. Kann niemand bitte wieder oben zumachen. Ja, mach ich gerade. Nur ich dachte mir, ich sollte vielleicht erstmal noch die, die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter. Die ganzen... Hä? Wieso kann ich den hier nicht anbringen? Das ist doch scheiße. Ich mach mal hier was auf die Karte von der Niederlande. Die ist sowieso nix los. Okay, lass mich das erste Mal rein. Bleib ruhig rein. Ich muss raus. Ich muss raus. Ich muss raus. Eine Drohne ist raus. Wer hat Castle? Ich. Und tschüss. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Jetzt die Drohne wieder raus. Doof, ne? Merkst du selber's. Machst du dazu, wo du bist? Jawoll, bolle. Danke. Ja. Und auf der anderen Seite auch gerade. Kameras? Der Fußboden ist verstärkt. Wer von euch war das? Keiner. Hab da was gehört? Nein. Komm direkt über außen. Hier über Westen oder was? Ähm. Auch auf der Ecke kommen sie. Nee, von... Ja, von Westen kommen sie. Die werden hier über die Fenster kommen. Also wenn sie über das Fenster kommen, dann hab ich's weg. Warum macht der da auf? Warum macht der da auf? Der Ball? Ich höre hier verdammt viele Seile. Hinter uns. Fuse kommt gleich. Einen hab ich. Fuse hab ich. Nebenraum kommen sie wahrscheinlich. Okay, ich hab die Fenster im Blick. Wenn du den Nebenraum im Blick hast. Achso, ne, da ist Böen drin. Weil über die Fenster auf Westen könnten sie auch kommen. Wer ein Fall ist zu? Eine Falle hat zugeschnappt. Wo war die? Auf der Treppe oder? Ich weiß nicht, kann ich nicht sagen. Flur oder Treppe hab ich gehört. Hat jemand Kameras im Blick? Du bist im Nebenraum. Flur, Flur, Flur. Zwei Stück. Direkt im Flur Bolle. Wir sind alle im Flur. Direkt vor der Haupttür kommen sie jetzt. Hä? Da sind drei Leute Bolle. Links und rechts jeweils. Und noch ein Gegner. Oh, das wird doch locker jetzt. So. Nein! Hier! Ich hab markiert. Geping meine ich. Wenn die rausgeht quasi direkt rechts. Ich kann dir nicht zuschauen. Wie viel Kies? Wie viel Kies? Wie viel Kies? Wie lange hast du gebraucht? So cool. Bam, 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 bam. Was zur Streuung und dann? Alter, what the fuck, man. So schwer war das jetzt nicht. Ich hab selber direkt auf ihn reingeholt. Aber ganz ehrlich, du bist doch die letzte Patrone alles weggeballert. War doch relativ locker, oder? Ja, war locker. Boah locker. Ja, liebe Freunde. Ich bedanke mich vor allem beim Zuschauen. Ich hoffe es hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und ein Abo. Dann freue ich mich natürlich auch. Und wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin macht's gut. Und may the fun be with you.